Und da gibt es ein berühmtes Tick-Kupfer, wo dieses Verhältnis von Gesicht und Masse gewissermaßen in einer ganz spezifischen Form dargestellt wird. Man sieht nämlich einen Herrscher, einen Souverän, der seine Arme ausbreitet, unter ihm die Landschaft sozusagen, die Landschaft des Königsreichs. Und der Körper dieses Souveräns ist mit lauter kleinen Menschen zusammengesetzt, die seltsamerweise kein Gesicht haben, sondern dem Beschauer den Rücken zeigen. Und umgekehrt ist das Gesicht dieses Souveräns direkt an den Betrachter gewendet. Und damit ist, glaube ich, eine äußerst interessante, vielleicht auch intrigante Form des Gesichtsgebens vorgeführt, nämlich, dass nur der Souverän, der Repräsentant des Staates oder, wie es Hobbes selbst sagt, der Makros Anthropos, also der große Mensch, allein ein Gesicht hat, während die Einzelnen, die die Arme, die Beine, die Brust dieses sozusagen Gemeinwesens zusammensetzen, selbst gesichtslos sind. Eine Imagination des modernen Staatswesens, der Einzelne verschwindet und der Souverän gibt das Gesicht. Das wäre also eine ganz klare, auch ästhetische Form, eine, wenn man so will, Verbindung zwischen politischer und ästhetischer Formgebung, in der der Einzelne gesichtslos im Schirm der Souveränität verschwindet, die allein sozusagen die Einzelnen repräsentiert, Stimme und Gesicht und Person ist. Eines der ersten großen pathologischen Netzwerken entdecken Sie dort, wo Sie etwa antike Eben und antike Tragödien ansehen. Da merken Sie, und da taucht der Begriff des Netzes auch auf, nämlich in der Fortzeugung von Flüchen beispielsweise. Es gibt ganze Geschlechter, wie etwa die Arthriden, zu denen Agamemnon gehört, zu denen eine ganze Serie, Orest beispielsweise, von Helden gehört, die es nicht schaffen, ein Netzwerk, das von einer, wenn man so will, ursprünglichen, fluchartigen Tat, die schon von den Göttern begangen wird, zu stoppen. Dieses Netz setzt sich fort, macht beispielsweise in der antiken Tragödie dafür den Ausdruck des Fluchgewirks. Ein Gewirk ist ein Netz, ist eine Textur. Dieses Netzwerk wuchert und wuchert und wuchert und setzt sich fort und die Frage stellt sich für die Beobachter, also auch für die Beobachter sozusagen der griechischen Tragödie, an welcher Stelle kann dieses Netz unterbrochen werden und gewissermaßen geklärt werden. Es gibt dann berühmte Beispiele, wodurch das geschieht, etwa, indem man die Leute versammelt, sagt, vergesst jetzt diesen Fluch und lasst uns ein Gerichtsverfahren halten und dann schneiden wir den Faden dieses Netzes durch. Das wäre also beispielsweise ein Netzwerk, das über Zeiten und über Räume hinweg tatsächlich wuchernden Charakter hat. Über Zeiten, also von Urzeiten, den Göttern bis in die antike Gegenwart und über die verschiedensten Topografien hinweg, von Troja bis in den Peloponnes, Vorderasien und so weiter, wo überall diese Helden halt hinrennen, wirkt dieses Netz. Ein temporales und topografisches Netz. Ein zweites Netzwerk, was sehr interessant ist, wird, glaube ich, beschrieben spätestens seit dem, was man frühneuzeitliche politische Theorie nennen könnte, wo man bemerkt hat, dass, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, politische Macht ganz elementar mit dem Regieren von Netzwerken zu tun hat. Das heißt also letztlich mit der Beherrschung von Informationskanälen. Wenn man etwa ein entlegenes, vielleicht etwas entlegenes Beispiel, die Dramen von Schiller ansieht, kommen immer wieder Schurkenfiguren vor. Schurkenfiguren wie etwa der Moor in der Verschwörung des Fiesco oder Schurkenfiguren wie Franz Moor in den Räubern oder andere. Auch in Kabale und Liebe, wo der Schurke, ein eigentlicher Schurke, ein Sekretär ist. Dann stellt man fest, dass Schiller ein ganz klares Bewusstsein der Schurkerei hat. Der wesentliche Schurke, der schurkischste aller Schurke ist der, der alle Netzwerke beherrscht. Der in den Kanälen wie ein Parasit zu Hause ist. Der in den Kanälen als Interzeptor funktioniert. Der Botschaften umlenken kann. Der Botschaften täuschen kann. Der sozusagen weiß, was in Kanälen passiert und damit Herrschaft über die Kommunikation aller mit allen gewissermaßen beanspruchen kann. Also ganz interessant, dass die Frage der Pathologie des Netzwerkes sehr eng und ich glaube eben schon seit der Entstehung moderner Politikbegriffe sehr eng mit der Frage der Beherrschung von Kanälen verbunden ist. Es gibt vielleicht noch einen dritten Aspekt, den man nicht vergessen darf, ganz wichtig für die Geschichte von Netzwerken. Und da kommt man vielleicht auf eine Geschichte von Netzwerken, die heute interessant sein könnte, aber selten befragt wird. Das ist, und das ist auch mit der Aufklärung, mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert verbunden, das sind die sogenannten Geheimgesellschaften, die ein regelrechtes Drama darum gemacht hat, wie man heimlich kommuniziert, sozusagen hinter dem offiziellen postalischen Verkehr. Ohne das gewissermaßen die Polizei, die Regierungsapparate etc., die Bürokratien davon wissen, dass wir miteinander in Verbindung stehen. Also tote Briefkästen beispielsweise, Kassiber, die verschoben werden, Geheimsprachen etc. Und diese Geheimgesellschaften waren nicht etwa sozusagen esoterische Vereinigungen, die dunkles, düsteres Wissen vertrieben, sondern verstanden sich ganz klar als Vertreter der europäischen Aufklärung. Einer der wichtigsten Fälle, große Skandale auch produzierend, waren die sogenannten Illuminaten, also die erleuchteten Vertreter der Aufklärung. Dazu gehörten Staatsbeamte, dazu gehörten Wissenschaftler, dazu gehörten Schriftsteller. Die hatten alle, selbst Goethe, Schiller, waren mit diesen Netzwerken in irgendeiner Weise in Berührung gekommen und deren zentrale Strategie war tatsächlich, und deren Hauptauftrag war Netzwerkbildung schlechthin, bis hin zum Selbstzweck. Allein dadurch, dass sie vernetzt sind, sind wir eine politische Macht oder Kraft. Also diese drei Kollektive, ein soziales Kollektiv von Gelehrten und Wissenschaftlern, eine kollektive Kohabitation mit Instrumenten, Gegenständen, Apparaten etc., also dem sogenannten Parlament der Dinge, die irgendwie mitquatschen und mitreden wollen bei dem, was da betrieben wird, und schließlich Kollektivvorstellungen, von denen man sich gar nicht freimachen kann, wenn man bloß das Auge aufmacht und etwas erkennen will. All die Dinge sind im wissenschaftlichen Prozess mit im Spiel. Nur nebenbei gesagt, auch das ist eine ältere Geschichte, also einer der ersten großen Kollektivkörper, der sich auch so beschrieben hat im wissenschaftlichen Prozess, war Goethe in seiner Farbenlehre, der von vornherein versucht hat, alle möglichen Leute, vom einfachen Handwerker bis zum Optiker, bis hin tatsächlich zum Naturwissenschaftler oder Physiker, aber auch Maler etc., sollten teilhaben an dem, was Goethe selbst in der Farbenlehre da produzierte und hat sich selbst als Kollektivkörper definitiv begriffen. Was ist die Geisteswissenschaften? Das ist ein vielstimmiges Geflecht, in dem Stimmen aus der Vergangenheit, Stimmen von nebenan, Stimmen aus der Gegenwart mitwirken an dem, was man zu Papier bringt. Und ich würde immer sagen, sehr viel Neuheit wird in Geisteswissenschaften eigentlich dadurch produziert, dass man sich zu einem Transporteur macht. Das heißt also, dass man beispielsweise eine gute Idee von einem bestimmten Arbeitsgebiet in ein Arbeitsgebiet transportiert, wo die noch gar nicht vorhanden war. Wenn man das tut und den Übertrag leistet, merkt man plötzlich, ey, da taucht etwas Neues auf, eine neue Perspektive, eine neue Öffnung, neues Arbeitsgebiet etc. Also die Geisteswissenschaften, um das nochmal zusammenzufassen, sind ebenso mit unterschiedlichen Kollektivformen oder Kollektivstimmen imprägniert und müssen, glaube ich, damit auch in irgendeiner Weise als bestimmte Gestalt narzisstischer Kränkung umgehen. Je mehr man in sich hineinhört, desto weniger ist die eigene Stimme eine eigene. Vielen Dank.